Barbecue-Party, wir sind das Skrill-Fleisch. So ein bisschen, ja. Wir sind jetzt ein Stück weg, ja. Brrrr. Ach, lieber Face. Ja, ich weiß, ich könnte Portal benutzen, aber nö. Warum ist hier eigentlich ein X-Punkt? Egal. Es läuft. Hier ist 200 Cent, genau. So. So ein bisschen was sicherer machen. Ähm, ja, egal. Was? Haben wir eben zwei Wege. Es war nicht als Weg, sondern eher als Damm gedacht. Bei mir auch, mehr oder weniger. Na gut, so, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen was Ruhe von den Feuerfledermäusen abgesehen. Don't die. Naja. Ich hab ne, ähm... Einen Fortress. Oh, okay. Schau mal auf die Karte. Ach stimmt, die wird hier angezeigt. Voll viel besser als Rayminimap. Ach, hier hab ich aber auch die Tiefen. Tiefe. So. Danke. Oh, Entschuldigung. Hm. Hat mich vielleicht dreimal. Ja. Nicht gesehen, genau. Ja, nicht gesehen und, äh, lag. So. Fortress. Team Fortress 12. Komma 5. Oh, hallo Wizzar. Weißt schon? Au. Au. Ich hab den Wizzar. Jetzt verwitterst du aber. Wizzar? Wizzar. Wizzar? Was ist ein Wizzar? Oh, ich hab in die Lava gestoßen. Auch schön. Ich hab trotzdem keinen Kopf raus. Und die Gas stöhnen synchron. Das ist schön. Ich hab einen Blaze Spawner gefunden. Okay. Und da ist der Blaze. Kann ich. Wie ist das? Mit in die Oberwelt? Weiß ich nicht. Kann ich mit, mit einem Item in der Hand durch ein Portal gehen? Äh, ja. Also durch... Nee, das nicht. Also, wüsste ich nicht. Ausprobieren. Ja. Aber das kann man nicht sichern mit Fackeln, ne? Stimmt, ja. Du kannst es sichern, wenn du es in einen Raum ranfall mit Glowstone stellst. Toll. Irgendwas war da. Toll. Ja. Dann sammeln wir mal so viel Glowstone. Ähm. Überleg ich gerade, ob ich das mache. Das sind jetzt Blaze und so was. Und mal schauen. Da ist ein Lavaseer. Das heißt, das bringt nichts. Spawnen die Monster vom Monster Spawner auch im Wasser? Ähm. Weiß ich nicht. Ähm. Die Spawnen nur, wenn irgendwo ein Block glaube ich ist. Ein Block? Ja, okay. Das kann man machen. Das ist kein Problem. Die müssen irgendwo drauf stehen können. Na, für den Spawner selber. Das gilt aber nicht. Mhm. Oh. Doch, das gilt. Alter, wo hat diese Blaze... Wo hat diese Blaze denn... Äh. Ach, da hinten her. Hä? Ich hab euch nur gefragt, wo die Blaze denn her geschossen hat. Weil ich lauf gerade in einem anderen Bereich von... Feuerfedermaus. Oh, ich sterbe hier gleich. Kann ich das Mitleid haben, oder was? Ja. Oh, okay. Ach, da hinten bist du. Ja. Äh. Quarz. Ich kann da nicht lang gehen, weil da... Die ganzen Blazers rumrennen. Blazers? Im Blazor? Oh Gott. Genau. Und sehr feiring, sehr la-sors. Blazors. Sag mal, ist das irgendwie ansteckend, was du hast? Komm ihn ja an. Mir gefällt's jetzt, komischerweise. Und jetzt gefällt mir das selber dafür, also. Als Ausgleich. Mh, was auch mal. Das machst du aber auch so. Wohl weißt du das. Achso, du hörst immer das Geschrei. Ja, ja. Du solltest halt abends dein Mikrofon ausmachen. Bling, Bling. Ja, natürlich, vergesse ich immer. Ey, die Schüssel. Was ist das? Äh, wieder irgendwie so. Amber. Brauch ich nicht. Ah, das war schön. Aha. Was, ich bin... ... in der Wind neun... äh, Höhe 59? Geht doch gar nicht. Wir rüsten unser Haus. Ach du Scheiße. Da muss ich auch noch voll tief? Boah. Gut, Blazers zu schlachten ist echt... ... recht unpraktisch. Mhm. Praktisch ist nur, dass der Wegpunkt, den ich habe... ... auch in der Nähe von, ähm, meinem Niederportal ist. Das heißt, ich kann da immer wieder hingehen. Na, klar. Ja, ich bin schon ein gutes Stück weg. Aber ich mein, ich hab da auch ein Buch dabei, von daher. Diese scheiß Feuerfledermäuse, ey, ne? Ich hab ein Buch, ich darf alles. Ja, sind schon was nervig. Bestimmt. Weil man die einfach nicht sieht. Dann sind die plötzlich da und explodieren unter einem... ... und schießen dann in die Luft. Mhm. Oder noch besser genauer. Ja. Ja, so ein bisschen. Also, die Viecher hast du ja noch gar nicht gesehen, ne? Mhm. Will ich auch, glaub ich, gar nicht sehen. Es sind normale Fledermäuse, die einen anzünden, wenn die in der Nähe kommen. Und die schlagen können. Okay. Und das in riesigen Abständen tun, die... ... die normale, reguläre Hitbox von der Fledermaus haben. Wow. Und... ... explodieren können. Das auch... Jo. Machen zwar nicht extrem viel Schaden, aber es ist immer schön, wenn du an der Klippe stehst. Ja. Ich geh da nicht runter. Feigesau. Das ist mein Überlebenstrieb. Na dann. Mann, ey, wie weit muss ich denn das da runter? 59, hallo? Immer noch? Was? Was machst denn du da? Ich will unsere Monster-Spawner jetzt basteln. Ach so. Ich will ihn tief in die Erde bauen. So ein Fall-Ding oder wie? Ne, ne, wir müssen die da selber töten dann. Ach so. Mit Schwert und so. Ja, am besten genau so, dass die noch... ... dass die so fallen, dass die noch so viel Leben haben, dass du einfach mit der Hand zerschlagen kannst. Ja. Ja, aber ich muss ja erstmal den Raum zum Aufsammeln ganz weit runter bauen. Oh Mann, ey. Natürlich. Ich hab Lapislazuli erfunden und das explodiert natürlich. Schön. Schade. Hast du viel mit übrigens wieder oben, du kannst also auch wieder hochkommen. Ich will aber noch nicht hoch. Das ganze Erd ist weg, schade. Weil ich achte ja auf das Sischen, also so ist nicht. Kann ich einfach? Ja. Hm. Was ist das? So, ich überlege, was ich jetzt mache. Nahrung schon fertig? Äh, ja. Hm. Hm. Bau mir mal ne Turtle. Okay. Hm, okay. Äh, haben wir Smooth Stone? Ich glaub nicht, ne? Smooth Stone. Das war eine ganz niedere Kopplung. Smooth Stone. Und die Engines sind leer. Man fülle die Engines auf. Okay. Sind voll. Gut. Immer 8 Kohle wenigstens. Ja. Ich stimme zu, wir brauchen... ganz dringend... Oh, Magma-Creme. Das klingt so... lecker. Mhm. Oder falsch. Aber ich tendiere eher zu lecker. Ssssss... Naja. Mir fehlt ne Holztreppe. Dann... Ganze Zeit schon. Dann tut mir das auch richtig leid. Sollte es auch. Oh. Oh. Dann löschen nur die Türen auf. Druckplatten. Hm. Sehen aber nur auf Sandstein nicht so toll aus. Ja. Feierabend. Dann mach halt welche. Nein. Doch. Kein Bock mehr. Dann lern Türen zuzumachen. Nein. Oh. Ich wollte die Tür aufmachen. Wollen wir nachsehen? Du hast hier selber noch Ärzte drin. Die kann man verschmelzen. Dann mach doch. Aber erst gleich. Plup. Das bringt uns nichts. Weil wir hier alles noch mit Clay loppieren. Ich hab auch noch Clay, oder? Ja. Oh, alles schon weg. Oder? Hab ich mitgenommen. Du hast hier... Du hast hier Treppen drinnen in der Kiste, ne? Hm? Was? Ah ja. Ich hol... Äh... Ich mach das mal. So. Die Glasschen müssen uns auch noch irgendwo drin haben. Äh... Hier auch bei Frank. Das ist nämlich alles hortet. Wie viel brauchst du denn? Eine. Okay. Hier, ähm... Ja. Machst du sechs. Toll. Nimmst du ihn mal auf? Danke. Für dich! Von wo? Ja, wo ist der? Unten, glaub ich. Ja. Geh du mal ran, Simon. Ich geh ran, ich geh ran, ja. Das ist... Na, das verstehst du so nicht. Ja, ich glaub, unten können wir uns aber Eisentüren genehmigen. Mäh. Näh. Ich bin ein Schaf. Mäh. Ich mach Eisentüren, ist schon okay. Gut. Kein Platz mehr für Clay. Was? Zwei Stück. Ja. Ja. Hm. Hm. Dass ich nicht simzern mache, ist eigentlich klar. Darf ich die Bricks rausnehmen, oder? Äh... Ja. Klar. Synchron. Danke. Wenn du damit schon bauen willst, kannst du das doch gerne tun. Ja. Mach ich jetzt auch. Hm. Wollt aber schön aussehen. Ja, ich könnte jetzt so viel auf einmal machen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Du machst jetzt die Decke, oder beziehungsweise die Decke, ja doch. Und die soll schön aussehen. Das auch noch. Näh. Mal gucken. Wobei, ne, Moment. Die Decke können wir aus Holz machen. Das können wir zwei machen, denn vor allem die Turtle programmiert. Nein, ich meinte eigentlich erst Dach in dem Fall. Ja, das Dach mach ich jetzt. Wollte ich jetzt machen. Aber die Decke, beziehungsweise den Boden vom dritten Stock, den sollten wir schon noch machen können. Das ist nicht so überfordert. Ja, damit meinte ich das Dach, das tut mir leid. Ach so. Hat hier mal einen Smooth Stone? Äh, 35, ja. Ich hab was schon okay, schon okay. Das mit dem Smooth Stone wird zum Running Gag, oder? Und weil ich ein EI offen hatte, ist der grad verschwunden. Ich hab noch zwei Smooth Stone und die hab ich jetzt in eine Druckplatte umgewandelt. Smooth. Smooth Criminal. Nee. Was? Ja, okay, ich kann das mal nicht schätzen. Cool. Was? Ah, was war das jetzt? Das ist, ähm... Holz. Autosorting. Ja, das hat mir grad relativ stark geplackert, deswegen. Sieht man denn hier in der Aufnahme? Äh, doch. Ich hab gerade gesagt, sieht man dann hier in der Aufnahme. Verstanden, sieht man da ja nicht. Äh, ja, ja. Mach oben die ganzen Teile mal in einzelne Räume, ne? Äh, kannst du machen, ja. Oder Frank, was hältst du davon? Ja, das ist eh nicht mein Gebiet hier oben. Okay. Und ich wundern, ich teste hier nur was. Tür. Kann man? Nein, natürlich nicht. Tür. Fertig. Jo, was denn für eine? Äh, so ne Holzfälltürtel oder ne Miningtürtel? Ähm, mach ne Miningtürtel, die kann auch Holzfällen. Gut. Ähm... Soll ich, ähm, Brickblöcke nehmen oder Streppen? Streppen am besten, ja. Ich wollte da Stufen sagen. Hm. Ich würde eher zu Stufen tendieren. Also, Brickstairs, ja. Ja.